Willkommen zu diesem Videotutorial über die Integration eines mehrkanaligen WG-Transmitters TLB4 in ein von einer Allen Bradley SPS verwaltetes Ethernet-IP-Kommunikationsnetzwerk. Das verwendete Setup besteht aus einer Allen Bradley SPS Modelle 1756-L61 mit Ethernet-IP-Modul 1756-EN-2T und einem mehrkanaligen Transmitter TLB4 Ethernet-IP. Zur Entwicklung und Verwaltung des Projekts wird die von Rockwell Automation hergestellte und vertriebene Software RS Logix 5000 des Studiopakets 5000 verwendet. Die erforderliche Dokumentation zum Integrationsverfahren besteht aus dem Anbuch Kommunikationsprotokolle für das Instrument TLB4 und der spezifischen EDS-Datei für TLB4 Ethernet-IP. Die gesamte Dokumentation steht den Kunden von Laumas im Abschnitt für die empfohlenen Instrumente auf der Website zur Verfügung. Vor der Verwendung der Programmierungssoftware müssen die Parameter zur Verbindung mit dem Ethernet-Netzwerk auf der SPS und dem Instrument TLB4 eingegeben werden. Dem Modul 1756-EN-2T wurde über spezifische Wahlschalter die Adresse 112.168.1.1 zugewiesen. Um die korrekte Kommunikation zu gewährleisten, muss für das Instrument TLB4 ein kompatibler Wert eingegeben werden. Vorgehensweise öffnen Sie das Menü des Instruments und wählen Sie den Eintrag Ethernet. Wählen Sie den Parameter IP-Adress und rufen Sie die entsprechenden Einträge auf, um den Wert 192.168.1.170 einzurichten, der mit dem SPS Ethernet-IP-Modul zugewiesenen Adresse kompatibel ist. Rufen Sie anschließend die Parameter Subnet und Gateway auf, um die Werte einzustellen, die mit der vom Instrument zugewiesenen IP-Adresse kompatibel sind. In diesem Fall wird für Subnet der Standardwert beibehalten, während für Gateway 12192.168.1.2 eingestellt wird. Der Parameter Swap, der die Abfolge der auf dem Ethernet-IP-Bus ausgetauschten Daten definiert, wird auf No beibehalten. Das heißt, dass die Notation Little Indian verwendet wird. Nähere Details hierzu werden wir später sehen. Wenden wir uns nun der Schnittstelle der Software RS Logix 5000 zu. Ein Projekt ist bereits geöffnet. Im Fenster Controller Organizer ist im Bereich I.O. Konfiguration die aktuelle Struktur des Ethernet-IP-Netzwerkes mit dem Backplane 1756 ersetzlich, auf dem das Modul SPS 1756 L61 und das Modul Ethernet-IP 1656 ENSYT installiert sind. Der erforderliche Vorgang zur Integration des Instrumentes TLB4 in diesem Netzwerk beruht auf dem Importieren der EDS-Datei vom Instrument in den Katalog der Entwicklungssoftware. Rufen Sie zum Verfahren das Menü Tools auf und wählen Sie den Eintrag EDS Hardware Installation Tool. Eine geführte Verfahrensabfolge wird gestartet. Klicken Sie danach auf Next und wählen Sie Register an EDS File. Klicken Sie auf Browse und wählen Sie die entsprechende EDS-Datei für das Instrument TLB4. Klicken Sie auf Next, bis das Verfahren erfolgreich beendet wurde. Vorgehensweise zum Einfügen des Instrumentes in das Ethernet-IP-Netzwerk des Projektes. Im Bereich EA-Konfiguration stellen Sie die rechte Taste auf Ethernet und klicken Sie auf New Module. Geben Sie im Auswahlfenster, das geöffnet wird, TLB4 ein, um die im Katalog angezeichnete Objekte zu filtern. Und klicken Sie nach der Auswahl auf Create. Vorgehensweise zum Abschließen der Eingabe. Füllen Sie das Feldname aus, zum Beispiel Scale1. Klicken Sie auf Change. Wählen Sie den Modus Exclusive Owner als Kommunikationsmodus, um den zyklischen Datenaustausch mit der SPS einzustellen und klicken Sie auf OK, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren. Geben Sie die vom Instrument zugewiesene Adresse in das entsprechende Feld IP-Adresse 1, 192.168.1.170. Klicken Sie auf OK, um zum Auswahlfenster zurückzukehren und klicken Sie auf Close, um zum Auffenster zurückzukehren. Vorgehensweise zur Überprüfung der korrekten Kommunikation zwischen der SPS und dem Instrument. Klicken Sie im Menü Communication auf Download. Das Projekt wird kompiliert und in die SPS geladen. Nachdem dieser Schritt erfolgreich ausgeführt wurde und sich die SPS in Modus Run befindet, rufen Sie das Menü Logic auf und klicken Sie auf Monitor Tags. Das sich öffnende Fenster zeigt die im Netzwerk ausgetauschten Daten, sortiert nach den in der TLB4-EDS-Datei enthaltenen Informationen. Wählen Sie das HEX-Format für die Abschnitte Eingabe und Ausgabedaten. Um die Daten im EXA-Dezimal-Format anzuzeigen. Bei Verwendung des Handbooks der Protokolle des Instruments TLB4 können die ausgetauschten Daten auf einfache Weise interpretiert werden. Im Abschnitt über die Ethernet-IP-Schnittstelle wird im Zusammenhang mit der Verwendung der RDS-Datei, wie in diesem Tutorial, eine Tabelle angezeigt, die sich auf den Kommunikationsmodus 32-Bit-Run-Idle-Header bezieht. Unter den von der SPS empfangenen Eingangsdaten haben wir 4 Bytes, die den aktuellen Wert des Bruttogewichts angeben. 4 Bytes, die den aktuellen Wert des Nettogewichts angeben. 4 Bytes, die das Output-Exchange-Register bilden. 2 Bytes, die den Register-Status angeben. Und so weiter von den anderen in der Tabelle angegebenen Werte. Einige nähere Informationen über die Verwaltung der Gewichtswerte unter Nutzung der aktuellen Werte. Die beiden Gewichte sind derzeit identisch, da keine Tara-Werte vom Instrument angewandt wurde. Sie werden als ganze Zahlen und in absoluten Werten ausgedruckt und beinhalten auch die Dezimalziffern, allerdings ohne Punkt. Jeder Wert besteht aus 4 Bytes. Im Fall des Ethernet-IP-Busses gilt Little Endian für die Abfolge, in der die Bytes standardmäßig ausgegeben werden. Das heisst, die Bytes mit den niedrigsten Werten sind die ersten. Derzeit sind die niederwertigen Bytes, Beispielsweise für das Bruttogewicht, 4a und 0a, während die höherwertigen Bytes 0,0 und 0,0 sind. Es kann auch die gegenteile Notation verwendet werden, das heisst Big Endian, wozu der Parameter Swap im Menü Ethernet des Instruments TLB4 auf den Wert Yes gestellt wird. Auf diese Weise sind die Bytes mit niedrigem Wert am Ende. Die Wahl, welche Konvention verwendet wird, hängt normalerweise vom System und den bei der Programmierung der SPS verwendeten Bibliotheken ab. Dieselbe Reihenfolge, die für die Gewichtangaben verwendet wird, Big Endian oder Little Endian, wird auch für alle veröffentlichten Werte mit einer Größe von mehreren Bytes verwendet, zum Beispiel Statusregister oder Exchange-Register. Die Zeichenanzeige für Brutto- und Nettogewichtswerte erhält man gemeinsam mit den anderen Informationen von den Bytes, aus denen der Registerstatus zusammengesetzt wird. Die Bedeutung, die jedem der sechs Bits in diesem Feld zugewiesen wird, ist in einer spezifischen Tabelle im Handbuch angegeben. Insbesondere die Bits 7 und 8 geben das Zeichnen für das Bruttogewicht und Nettogewicht an, das gleich 1 ist, wenn das Gewicht negativ ist. Bit 11 ist gleich 1, wenn das Gewicht stabil ist, ansonsten zeigt es 0. Bit 10 ist gleich 1, wenn ein Tara-Wert vom Instrument auf das berechnete Nettogewicht angewandt wird. Die anderen Bits, die das Statusregister bilden, wie in der Tabelle gezeigt, liefern eine Reihe nutzlicher Informationen zur Überwachung des Betriebs des Wegesystems, um Hardwarefehler oder bestimmte Gewichtsbedingungen zu erkennen. Zum Beispiel, wenn das Bruttogewicht gleich ist auf 0 oder mehr als das maximal zuglässige Gewicht. Unter den Ausgangsdaten von der SPS ist es sinnvoll, sich besonders auf das Feld Common Register zu konzentrieren. Dieser 2-Byte-Wert wird verwendet, um numerische Codes an das Instrument zu senden, von denen jeder einer Anforderung zur Ausführung eines bestimmten Vorgangs entspricht. Im Anbuch der Protokolle sind alle zulässigen numerischen Codes sowie die damit Vernupfen-Vorgänge angegeben. Um die Funktion, diese Mechanismen zu überprüfen, verwenden wir zum Beispiel die Codes 7, halbautomatische Tara aktivieren, und Nein, halbautomatische Tara deaktivieren. Unter Berücksichtigung der Notation Little Endian wird die Ausführung der halbautomatische Tara vom Instrument angefordert, wenn der Code 7 in das Byte mit der niedrigsten Wertigkeit des Feld Common Register geschrieben wird. Nach der Ausführung wird der Nettogewicht auf 0 gesetzt und die Bits 10 und 11 des Statusregisters ändern sich auf 1, was eine angewandte Tara und einen eingezeichneten Gewichtswert gleich 0 signalisiert. Zur mehrmaligen Wiederholung desselben Vorgangs muss die Angabe des numerischen Codes, der einer Angabe des Wertes 0 entspricht, im Command-Register gestaffelt werden. Zum Beispiel Wenn wir diese Sequenz anwenden, können wir beispielsweise eine zweite halbautomatische Tara durchführen, nachdem wir ein zusätzliches Gewicht auf die Waage gelegt haben. An dieser Stelle wird durch Eingabe des Befehlcodes 9 im Protokollanbuch das halbautomatische Tara-Gewicht entfernt. Brutto- und Nettogewicht sind dann wieder gleich und die Bits 10 und 11 werden auf 0 gesetzt. Das Tutorial ist hiermit beendet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.